...Geführt von Ricardo Villar, kurz, wieder Villar und der Ausgleich, fast für einen Schuss, Tor des Monats verdächtig, sein dritter Saisontreffer, vorbereitet von Kapitän Tietze, ein gezwirbelter, geschnippelter Kreuzeckschlenzer. Ricardo Villar, 1 zu 0 für Salzburg, Minute 78, hat sich nicht unbedingt angekündigt, dieser Treffer von Ernst Öpster, bringt den Ball noch zur Mitte und dann ist... ...Geführt von 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 ...Geführt von